Wladimir Klitschko hat am Freitag seinen Berlin-Besuch fortgesetzt und um Hilfen für die Ukraine gebeten. Der Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitaly Klitschko, traf sich in Berlin unter anderem mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und Vertretern des Außenministeriums. Klitschko warb in Deutschland um weitere Unterstützung für die Ukraine. Benötigt würden vom Westen weitere Finanzhilfen, Lebensmittel, Medikamente, Waffen und eine wirtschaftliche Isolierung Russlands, sagte er. Untertitelung des ZDF, 2020